Ich sag die, Kirill sag... Party! Ich sag Disco, you say Party! Disco, Disco, Party, Party! Geil, hey! Was ist denn jetzt los? Alter, er kommt ja mit seinem Kollo um die Ecke! Oh mein Gott! Ja, da war der Mira Beat grad, hast du gehört? Oh mein Gott! Was war das denn, Alter? Mit der Schollo um die Ecke! Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Rainbow! Ich glaub, es hat 98% haben weggeschaltet! Jo, nice, Bonzo ist richtig cool! Das hat ja richtig gelohnt! Ja, drück doch mal lieber an! So, ich soll Maus so... Also Leute, wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann ist es Sieges Nummer 4, weil unser Rekord beträgt bis jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen. Ist das nicht Nummer 3 dann? Nee, das ist Nummer 4 jetzt! Das ist Nummer 3 haben wir schon, Alter! Echt? Aber was ist denn, wenn wir jetzt gewinnen? Was ist denn, wenn wir jetzt gewinnen? Denkst du, wir kriegen keinen Dreier hin, Curry? Ja, ihr habt euch vertan, Leute! Nein! Nein! Garage! Disco, party, party! Disco, disco, party, party! Kannst mal ganz kurz ne Ansage mit Echo-Stimme machen an Curry, weil das gemeint so akzeptieren! Nein! Du hast da zu akzeptieren, Alter! Kannst du! Du bist echt enttäuscht, Alter! Du hast da auch immer zu mir gesagt, Alter! Pfff! Schöne Fenster an einem Mira-Ding vom Star, ne? Richtig geil! Ey, wir müssen mal lernen, einen Twitch mitzunehmen, dann können wir die Dinger nämlich kaputt machen direkt! Mach ich nächste Runde! Okay! Okay! Danke! Kein Problem! Bronzeln Bier, Alter! Nimm das, was ich kriegen jetzt mal! Dann tripp mal aus, Alter! Das tut du isst da! Links vor Dreierloch, Alter! Okay, die haben das Fenster gerade aufgemacht! Lass einmal reinballern da! Da stellt sich ja! Links ist Rheinloch! Das ist ein bisschen, äh, Es kimmern! Oh, die Kamera ist kaputt, Alter! Dann war reinballern da! Wo ist alles? Ich lenke die ab, ich lenke die ab! Mira-Fenster oder was? Ja, oben! Uuuuuh! Ja, was ist oben? Badruh, äh, Badruh oder was? Nein, hier, hier! Über Garage, wie immer! Ja, der sagt doch Kitchen, Mann! Ja, deine Mutter ist die Kitchen, ne? Mach doch mal vernünftige Sachen hier an, sagen, ey! Ich bin's langsam leid hier, Alter! Kerlo, Bernd! Kerlo! Au! Wo war ich denn tot, Alter? GG, Alter! GG! GG! Wo war das? Digga, da waren die schwarzgetöten Scheiben, Mann! Ich könnte nix machen! Sprengsatz bereit! Disco, Disco, Party, Party! Curry, such mal einen! Such jetzt einen, Alter! Ja, nice! HÄH?! Ich fall unter die Map! Mit der Kamera, alles klar! Echt? Holy shit! Guck mal! Bei mir ist die ganz normale oben aufm Dach, Curry! Loll! Alles klar, meine Kamera ist weg! Die Schöne ist hier wieder worden, ne? Easy! Patrick, easy! Jo, alles easy! Sprengladung aktiv! Schieß auf, das Ding da unten! Guck mal rechts! Na! Jo, danke! Ich treu Sprengsatz aktiv! Ich treu Sprengsatz aktiv! Ich treu Sprengsatz aktiv! Sag, wo ist er? Über uns! Über uns! Den holst du dir, Curry! Ne, der läuft woanders rum! Der kommt wahrscheinlich die andere Ferber jetzt runter! Also bei Dennis! Hap ihn! Hap ihn! Habt ihr den? Ja, der ist down! Dies ist doch einmal am Anfang! Ey, wär doch geil! Jetzt ist ja gerade mal voll was gebracht! Ja, manchmal ist er ganz nützlich, ne? Mirola! Tobi ist drin! Ich komm mit! Oben Kamera! Hallo! Schau mal hier! Spreng ich ja, Tobi! Spreng ich! Ja! Warte, 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 warte! Da ist ne Geisel, ne? Warte, die Geisel ist im anderen Raum! Die Geisel ist da drüben! Nein! Das heißt überhaupt nichts! Hä! Die Geisel ist da! Und das ist doch ein anderer Raum hier! Das kann überall! Ja, aber Wenn da aber eine Holzwand ist, musst du echt aufpassen da, ey. Alter, Junge, ich spiel die Map doch nicht zu mir ernst. Lass mal Zugriff machen hier. Oh, du kannst dich beeinflussen, wo das Ding fliegt. Das ist aber eine Holzwand, Dennis. Ey, das ist doch ein anderer... Nein, Tobi. Ja, aber guck mal, da rechts direkt ist eine Holzwand, meine ich. Hier ist die Geisel, ich hab die Geisel doch. Wenn die dahinter explodiert, kann die Geisel mit... Oh, Leute, sei mal ruhig, bitte. Aber muss man doch jetzt nicht... Nein, unter der... Wo, wo? Da, da. Bei der Geisel sofort ist noch einer in dem Raum. Da, da. Da ist, die aimt ab, passt auf, Dennis. Das war Mira rechts. Dennis, wenn du durch die Wand rechts schießt... Nice. Und jetzt musst du rein. Patrick ist noch da. Genau, oder irgendjemand. Ich bin vorsichtig, Dennis. Rechts, 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 ganz rechts, ganz rechts, ganz rechts. Nein, rechts. Hier. Aha, fuck. Karte. Wer war denn das, der in der Ecke saß? Das waren meine Leichen. Das waren Kuppel, ey. Ach, ich dachte, du lebst noch, Patrick. Nee. Das war ein Kuppel, der hofft seine Ecke. Aber irgendeiner hat gesagt, irgendeiner hat gesagt, Patrick ist auch da. Ja, wer hat das denn gesagt? Ja, Tobi hat das gesagt. Ich war da, ich dachte, Patrick lebt noch. Aber da habe ich ja gesagt, er ist doch alleine. Er lebt noch. Das hat mich halt irritiert. Ich habe die Geisel genommen und dann würde ich... Aber wir haben auch alle geschrien, dass er ganz rechts ist. Ja. Nee, das war zu hohe, Dennis. Na, der hat dann noch links gesetzt. Und du fährst Auto? Wenn ich Auto fahre, muss ich auf meinem linken Daumen L machen und auf dem rechten R. Sollen wir auf Waschküche machen, Leute, oder was? Mach mal auf Waschküche, Alter. Ja, komm. Dann nimmt aber mal Mute mit und Strom. Wobei ich auch das ja mal am geilsten finde, ne? Soll ich mal Mute nehmen? Ja, ja. Nee, ich mach Mute, du mal Strom. Schlein, schnell, schnell. Was ist denn nochmal Strom hier? Boom. Blitz. Ach, fuck. Ja, ich weiß, dass es nicht Strom ist. Da ist eine Wolke im Emblem, Patrick. Ja, ich habe gerade irgendwas geklickt. Ich hatte nur noch eine Sekunde. Ja, ich habe nur Salamis gesehen. Okay, komm. So eine schöne Beefy-Roll wäre jetzt aber schon geil. Siehste? Mach nicht alle, wenn du safen. Hier, was ist hier mit dem Teser hier? Curry? Ja, die kann man safen. Aber nee, 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 Garagentore. Ja, das ist scheiße. Ja, Leute, wir müssen die Garagentore machen. Ja, auf. Nee, komm, wir lassen. Wir machen die auf für die. Weil ihr alle in die Garage dann legt euch die wunderbaren Westen in die Garage. Ja, das ist doch nett, Alter. Das ist doch nett. Das ist mal eine Ansage. Guck mal hier. Der Vater, der Aktion, der Aktion. Das finde ich gut, mal frühjuchzen, ne? Danke für euch. Dass du mal ein bisschen Rücksicht nimmst, ey. Kann ich ja nicht mal eine Kamera rauswerfen, irgendwie? Ja, ja, aber erst mal die Runde anfängt. Ja, die hängt da ganz gut, glaube ich, ne? Reicht der D-Score, you stay buddy. Oh, die ist nice, ey. Die ist GCC, Alter. Braucht ihr noch eine Stahlwand hier irgendwo? Ah, okay. Nee, ne? Ja, nee, ich lasse es offen hier. Hier ist eine Drohne. Boah. Da. Ich bin doch da hinten hinterher, wo ich irgendwas messen kann. Okay, hier abgemutet ist, ne? Ja, pass auf, da haben links das Regal, ne? Die Dings kannst du hier rauswerfen, Patrick, die Smoke, ne? Die kannst du dazwischen auswerfen. Leute, hier sind direkt zwei Leute. Mach das mal. Einer ist hier vor. Zwei Leute, zwei Leute. Ja, super. Ja, Patrick, ich hab doch gesagt, das Regal. Du kannst doch nicht, die können doch da durchballern. Ja, aber ich hab dich doch gesehen. Ja. Ich hab nur zuerst geschossen. In sein Gesicht reinspringen, ne? Ich hab mich fast getötet. Der steht am Regal, der steht am Regal. Da ist noch einer. Blackbeard ist auch am Regal. Bäm, Alter, zwei Leute noch. Oh, hier. Ich mein da vorne. Webrunz, ich kann ein bisschen ansagen. Hier ist wieder einer vor mir. Der platziert hier. Termite. Okay, okay. In der Ecke. Der guckt jetzt hier durchs Regal, der guckt durchs Regal. Kann jemand von oben da runter gucken? Ja, die schießen hier rein. Tobi, von oben hier nach vorne runter, weißt du? Warte, Tobi, ich komm zu dir. Warte, warte. Wo kommt der? Fuck, Alter, diese Tonne, Mann. Das muss ich, lass, lass, lass. Ja, nein, ich auch nicht. Wo lag der Typ, der dich erschossen hat? Tobi, komm mal rüber hier, von oben. Von oben nach unten da. Die sind da alle beim Auto. Die kannst du von oben locker holen. Bitt dir sicher? Oh, warte mal, bei mir kommt hier gerade einer. Ja, die stehen da halt beim Auto, ne? Der fußt, der fußt, Tobi. Jetzt schießt, Tobi, schießt. Richtig tot. Okay. Ja, komm mal, du Klingst. Ich reichst doch. Habe ich jetzt besser gelassen. Ich setze den Herzschlag-Sensor ein. Oben ist ein Fuse-Karine, ne? Ja. Das war's. Geht's aus? Cool. Drei Stück noch, ne? Du hast ihn noch, Kori, du hast ihn noch. Wo war der, wo war der? Jus, Jus, im Nebenraum, im Gim. Da, guck mal, da ist durchs. Ja, ja, guck da durch. Ja! Oh mein Gott. Ja! Nice, Mann, nice. Oh, dieses Loch, zum Glück habe ich dieses Loch gemacht. Das ist so spannend, ey. Ja, ich hab's noch aufgefallen. Alter, guck mal. Alter, ich hab's noch raufgefallen. Ja, Mann, zum Glück habe ich dieses Loch gemacht, Alter. Ja, Bronzlitz. Alter, hättet ihr mich nicht gekillt, Leute, merkt euch das. Dieses Loch rettet Leben ohne Witz, Alter. Ja, glaub ich, ey. Das hat mir echt drauf gewartet. Auf welcher Seite man steht, ne? Ja, glaub ich, ey. Hättet du noch ein besseres Aiming hättest, wäre Hammer gewesen, ey. Warum? Hättet man sich... Ja. Hat so funktioniert. Schmeckt dir, Tobi. Nice, Leute. Nice. Der frisst sich da einen weg, Alter. Der ist wahnsinnig, ne? Äh, das frisst du denn da schon wieder. Hoch-concentrated, Alter. Tobi, ist kein Chips, Alter. Räucherschips. Ah. Ganz, aber Bronzlitzel. Schießt sich alles weg, so und der Isnbo voll abgef legislature ist. Ja, ist echt so. Bronzlitzel, als du gerade geschossen hast, hast du doch 100% wieder den Mund offen, ne? Alter, man hat dort genau gehört, wie erleichtert der war, als er gestorben ist, Weißt du? Ich bin doch hier oben. Als er down ging, hab ich ihm gedacht. Das ist für Info, Alter. Ich werd das nie vergessen. Ohne Witz, DayZ-Let's Play war eigentlich schon voll geil. Ohne Curry-Fourds, Oben im Schlagzimmer. Und Bronz just for Info, Alter. Bestätigt. Aber das war's dann schon. Aber habt ihr euch nicht über DayZ kennen gelernt? Ja. Ich hab tatsächlich in Bronz, allererste Interaktion mit Bronz, war, dass ich den in einem Boxkampf verpflichtet hab. Mit einem anderen Community-Bliegen. Alle haben einen Kreis drum herum gebildet. Ne, Bronz? Weißt du noch? Da warst du schon ein Asi. Hey, aber ist ja schon krass, ne? Man lernt ja viele Leute so kennen über Spielen und so. Man spielt ja auch mit vielen Leuten. Ja, hast recht, Bronz, Alter. Aber doch nicht mit jedem hast du gleich immer gefügelt, ne? Ja. Man spielt ja auch mit vielen Leuten. Also Eilotricks, ne? Deswegen schreibe ich auch immer kleine Kinder an. Eilotricks, Alter. Ey, damit dieser Aussage hab nix zu tun, lieber André. Das hast du ja... Pädotricks, Alter. Pädotricks, Alter. Pädotricks. Pädotricks. Okay, hier oben ist gecastet, Leute. Im Hauptsatz. Das hab ich auch nur gehört, ne? Ich will den auch mal aus dem Schwanz schicken, Alter. What the hell? Jetzt ist aber... Ich glaub, ich hab' ihr Schiss verkommen, ne? Der piekt auch den Pessner auf dir. Du kleine Bastard, Alter. Ja, jetzt kenn ich den. Bei Kyrie. Kinder Schlafzimmer. Kinder Schlafzimmer. Geil, Mann. Geil, geil, geil. Weiß da mal aus. Schöne Schleur. Schöne Schleur. Schöne Schleur. Schöne Schleur. Das ist der Mann. Ich wusste's. Geisel tot. Hä? Schieb's noch weg, Patrick. Der ist doch da drinnen in den Raum. Sehr gut, Patrick. Ich glaub ich den nicht getroffen. Bleib ruhig so, bleib ruhig so, Patrick. Links, 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 links. In der Ecke, links, ja. Ach, das kann doch nicht sein, Mann. Okay, jetzt rechts. Oh, Tobi. Nice, du hast ihn noch, oder? Naja, ich glaub nicht. Aber er ist übelst angehittet. Okay, der weiß Bescheid. Oh, dann wollen wir mal die Schosse gehen da drauf. Oh, Kenny, Alter. Schade, 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 schade. Der piekt die ganze Zeit, die piekt, man. Kennt ihr erstes Nix dagegen. Ja, hey, guck mal. Meine Waffe hängt schon auf halb 5 um die Kurve und ich seh den nicht mal, weißt du? Ja, ist echt so, ne? Ach, Rainbow Server, Alter. Ganz ehrlich, Ubisoft, ey. Deine Augen sind ja auch nicht auf der Waffe. Vorne, oder? Ubisoft, Alter, ey. Aber Hauptsache, Battlefield 1, weißt du? Ja, Battlefield 1 ist gut, man. Die hat wenigstens keine Serverprobleme. So ein Schrott-Gamer, Alter. Hauptslapp-Zimmer, Hauptslapp-Zimmer, Hauptslapp-Zimmer. Ach, vom kompetitiven Faktor kommt da halt Battlefield auch nicht ran hier, ne? An Rainbow, ey. Ja, ich mag Ubisoft eigentlich, aber... Ach, ja, was heißt... Also, das ist auch nicht Ubisoft an sich, sondern andere Faktoren bei Ubisoft. Ey, ne, hat er jetzt nicht gesagt, ey. Da kann er das Unternehmen aber an sich nix für. Doch, klar. Wenn Bohemia zum Beispiel das nach zehn Jahren nicht hinbekommt, ihr Server oder... Nein, ich weiß, was der Dennis meint. Ich weiß, was der Dennis meint. Ich weiß, was der Dennis meint. Ja, der meint halt die technische Seite, ne? Darauf hast du schon einen Einfluss. Nein, meint er nicht. Ich habe die Wand verstärkt. Meiner nicht. Bruning aus. Links in dem Nebenraum. Ah, okay, ich weiß, also da. Fronze. Bitte? Da, hier, Mira rein. Alle jetzt so in die Kommentare. Wovon redet er? Hier oder was? Dann werdet ihr genauso nicht erfahren, was Billen letztens im Stream, Waller. Weniges Bild? Ben, jetzt kannst du. Ja, was mir zugetragen wurde. Von jemandem, von dem ich gar nicht wusste, was passiert ist. Ja, nice, Ben. Ist doch super. Bill wurde jetzt hier zugetragen, von dem du wusste nicht, was passiert ist. Coder. Was? Haha, jetzt zeig ich dir nachher. Okay. Oh, scheiß, Tobi, Mann. Ich habe nichts damit zu tun, ne? Nein, nein. Aber die Playmassive. Oh na, oh na. Fuck. Direkt da? Ja, was ist denn für ein Bild? Geheim. Wusste du das nie, ey? Ich wusste es auch nicht. Nice given. Warum hast du hier kein Castle reingemacht, Patrick? Ich habe hier kein Castle. Ach so, ich habe hier kein Castle. Ach, fuck. Jetzt brauchst du es auch nicht mehr machen. Ja, sorry. Alter, ey. Ich dachte, ich hätte Westen, aber ich habe ja keine Westen. Upsafen jetzt. Auf dich los. Vorsicht, die Ballern hier stehe ich rein. Okay, die kommen alle Kinderschlafzimmer zu zweit schon mal. Schon mal? Stehen die nah Curry oder sind die weiter weg? Oh, ich bin tot. Curry, stehen die nah oder sind die weiter weg hier? Ich habe keine Ahnung. Hä? Was ist das denn? Ach, Kenny schon wieder. Hast du kein anderes Hobby, Alter? Ah. 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 Was ist für eine Wichsgestattung? Wenn einer reinkommt, muss ich hier rauskommen. Hier sind zwei Stück drinnen, Dennis. Manchmal lag das irgendwie. Komm hier aber nicht mehr raus, ne? Also Kinderschlafzimmer ist jetzt offen. Ja. Die Fenster sind weg. Woher wusste der das? Das ist der Witz direkt. Toll. Okay, wie geht's aus? Ja, ich bleibe halt hier weggeballert, ne? Curry, ich brauche deine Hilfe. Der ist drin. Ben, hinter dir ist auch mal einer, ne? Jetzt im Raum. Okay. Ben, hinter dir. Ja, ich weiß, aber ich kann hier nicht raus. Jetzt wieder verstecken, Curry, genau. Ja, ja. Ben, jetzt wie sieht's aus? Wo bist du eigentlich denn jetzt, Alter? Hier im Construction. Hier durch Bad rum kommt einer. Oh Mann! Dennis, du musst da hin jetzt. Ja, ja. Ja. Oh Gott, Alter. Komm, 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 komm. Alles klar, der kommt jetzt da. Oh, down. Man, da muss nichts mehr machen, ne? Hey, Alter. Ich glaub nicht, Alter. Wir sind die Meister im Drehen. Ja. Die standen halt die ganze Zeit da, die beiden, ne? Muss man halt mal gucken, ne? Ja. Die haben, konnten sich da frei bewegen, ne? Waren die die ganze Zeit da im Zimmer? Ja. Ja. Dennis, du hättest da zugreifen müssen, Alter. Ja, ist jetzt auch zu spät, Curry. Wie bist du denn gestorben, Dennis? Ähm. Ähm. Er hat den Druck. Ja. Ja. Ja, kann ich dazu nicht sagen. Aber so. Sousa! So, wie weit? Noch mal, ne? Was? Nein, nein. Ich hab gefragt, welche Klasse du nimmst. So. Ich bin auch mal mit dem Blackbeard unterwegs. Oh, geil. Ja, ist nicht verkehrt. Lass mich Twitch nehmen, Curry irgendwie. Boah. Scheitertisch. Die Siegeserie Nummer 4 steht zum Scheitern verurteilt, aber die Chilis können das noch drehen. Garage frei. Wir können alles. Wir können alles. Wir sind hier oben. Hier oben. Rechts, rechts. Wir sind 30 Onzen schwer, ja? Wir machen das. Hallo. Komm, Leute, Mann. Fahrt mal jetzt die Bude. Die haben Pools. Oh, ne. Pools nicht Castle. Hallo. Ach, Mann, ey. Wände sind unter Strom. Hör mal, ich bin unter Strom, Frank. Ich bin auch immer Strom, wenn ich den Carry sehe. Carry? Hey, Carry. Harry Fischer, oder was? Oh, Carry Fischer, ey. Oh, Carry Fischer, ey. Da machen wir keine Witze drüber, ja? Selten sie über Klimawandel, Mann. Da war ich in Phantasialand, als das bekannt wurde. Boah. Pass auf, die pieken wieder. Viele wissen, was Phantasialand ist mir eigentlich. Was machst du da eigentlich immer? Ich? Es gibt, es ist eine wahre Story, die ich jetzt erzähle, ne? Es gibt in Phantasialand einen Mann, der kommt jeden Tag dorthin. Weil seine Frau ist gestorben. Damals. Und er hat dann, also er ist ihm seine Frau mit angegangen. Und in Erinnerung ist er jeden Tag dort jetzt. Ist kein Scheiß, jeden Tag kommt er dorthin. Krass, Mann. Ist er down? Ne. Ne, der ist nicht down, der ist noch gut drauf. No burned, Alter. Ja. Heißt du, ich kann grad hochgehen, weißt du? Wenn der rauskommt, krieg ich den Claymore. Pass auf, da am Fenster wurde grad mal eine Sprengladung weggemacht. Kannst du hier aufmachen, Dennis? Ja, ich komm mal. Warte, ich hab das Lamellenfenster bei der Seite. Ja, Moment. Warte, lass mich noch weggehen. Bereit? Ja, einer ist hier im Raum drin. Okay, ich blockier, Patrick. Kann nix machen. Ist wahrscheinlich rechts, ne, wo du grade bist. Oder was? Der ist hier, genau vor uns quasi. Auf welcher Seite? Wie bei uns? Ja, keine Ahnung, der war hier grade irgendwo. Kannst du vielleicht mal die Kamera so nicht reinhauen, deine? Hab ich noch eine? Alter, warum kommt der? Okay. Drin, Alter. Hey, hier im Raum ist nix. Alles safe. Genau, ist der rausgegangen hier. Ja, ja, ja. Na rein da, komm. Go. Moin. Mach mal hier auf. Genau, genau, genau. Wer ist denn da? Kann er denn die Tür aufmachen? Da, 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 da ist einer. Von wo kam das denn jetzt grade? Äh, unten glaub ich, oder? Dennis, guck mal unten. Kann jemand hier ne Tür aufmachen? Unten. Hab ihn. Oh nice. Alter. Einer muss die Tür hier aufmachen, Leute. Wir müssen rein. Ja, ich komm. Breche durch! Ja, mach doch. 25 Sekunden, 25 Sekunden. Mach auf. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Weil draußen springen da oben. Komm, ich mach euch die Tür hier auf. Mach, mach, mach. Jetzt, 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 go, go. Scheiße. Oh mein Gott. Jetzt kommen wir da nicht rein, oder was? Das war ein scheiß angelegter. Oh mein Gott. Hier kommen wir rein, hier. Leute, ihr müsst jetzt. Go. Ach. Alter, weil wir die Tür nicht aufgekriegt haben, in erster Art. Das war low, Alter. Ja, wir brauchen Thatcher und sowas. Brauchen wir immer. Ich hab noch gehabt. Da war nichts mehr zum, äh. Da war nichts mehr. Ich hab doch da so ein Ding hingeschmissen. Da war nichts mehr. Da ist doch Mute. Da ist doch Mute. Ja, ich hab doch zwei von den EMPs reingeschmissen und hab so viele Punkte aufgegriffen. Ja, wir brauchen immer Sledge, Mann. Das ist viel wichtiger. Sledge kann durch alle Wände und so immer durchhammern, weißt du? Siegesserie ist verloren. Passiert, Leute? Siegesserie, Alter. Siegesserie. Von Spiel zu Spiel, Mann. Siegesserie, Alter. Ich doch noch mal hör hier. Siegesserie? Siegesserie, Mann, hör zu, Alter. Mach dir mal das Maul auf, Alter. Ich find das not geil, Alter. Das gibt mir mal Kraft. Siegesserie, Curry. Ja, ja, Schnauze, Schnauze. Tyrus. Hahaha. Tschüss, Leute. Schnauze, Schnauze. Ja, tschau. Hahaha. Schnauze, Schnauze. und, Jo galmen Siegesserie,arnos Wärmärmärmer,